mhm 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 Jura Jura Salaufhalster Jura Salaufhalster Jura Salaufhalster Jura Salaufhalster Jura Salaufhalster Jura Salaufhalster Mhm 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 Mal gucken ob wir jetzt ne kleine Überraschung halt haben uns ne kleine Überraschung gelingt hier in Stuttgart Ich vertraue euch Hallo Thomas grüß dich mein Messer Hallöchen Wie schauts aus Ja alles gut bei dir Mhm 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 Ballbesitz alter wir haben äh 77 prozent Ballbesitz alter Ok die ersten 5 minuten zwar Hey Thomas Samstag jetzt ne Shishawa weiste 8 20 uhr Ja dankeschön alles gut dir Dankeschön ein bisschen warm ne Aber sonst gehts Irgendwann eine kleine von der Kippe noch abgeholt Jetzt liegt sie im Schla- äh jetzt liegt sie im Bett Die Mittagsstäfchen Abhalten Hack sehr gut gespielt Da muss was gehen ey Schau gerade ARD Mediathek wie wir Weltmeister musst du dir mal reinziehen Hast du Dokumentation ne Hast du Dokumentation ne Gibt's auch glaub ich auch Dings auf äh auf YouTube ja auch ja Ich weiß was du meint Ja ja Ich weiß Ich weiß welche Video du meinst ja Boah das hat er gut gemacht Ja obwohl Ja mega ne Hast du 4 Folgen Achso Guck ich mir auch an ja ARD meinst du Wie kommst du noch sowas drauf Wolltest du dich schon ein bisschen pushen Jetzt ja wenn wir ihn ja eh haben Wir haben 75% Ballbesitz alter 15 Minuten alter Ey das kann doch nicht wahr sein Stuttgart zuhause Die sind auf dem vierten Platz Haben 27% Ballbesitz Ich glaub ich bin Ich glaub ich bin Ohhhh Achso Nein ich habe im letzten Tag Ah okay gut Heute ist auch ne Legationsspiel Dinger ja Düsseldorf gegen Bochum, ja? Guck ich mir auf jeden Fall an, die Ich will sehen, Alter, wie Düsseldorf aufsteigt, ja? Platzsturm und sowas, weißt du? Fuck! Heiko! Ah, kommt der wieder links der Verteidigern? Ja, ja, Düsseldorf. Eckball? Alter, 20 Minuten spielen wir gerade, Alter. Ich habe fast 80% Ballbesitziger. Was ist denn mit Stuttgart los? Die sind auf dem vierten Platz? Einfach mal schießen, Junge. Bruder, ich hasse es, wenn die am Strafraum, Alter, wenn ein Spieler vor uns den Ball bekommt, oder wenn er den zurückpasst. Ich hasse es, Alter. Anstatt mal nach vorne zu schießen, irgendwie. Okay. Okay. Na gut, anfangs viertel Stunde haben wir jetzt nicht geschafft, ein Tor zu schießen, tatsächlich. Jetzt haben sie mal etwas länger den Ball. Sehr gut, von Kunze. Ah, fuck, ey. Ich weiß auch nicht, dass es hackt, also auch so ein Spielartiger, kannst du vergessen, ja? Also ein Verkaufskandidat, Alter. Ja, dann. Ich war ihm. Das war's für heute. Jetzt, gib Gas, Junge, eins gegen eins. Ja, okay, das ist zu langsam. Grittchen, die Beine weg, Junge. Das sind faire Sportsmänner hier. Dortmund 1-0 gegen Hertha. Schon wieder so ein Pass, so ein Fehlpass von Arie. Das zweite Mal der Saison. Hat er mal reinmachen müssen, ne? Bruder, was bringt hier 70% Ballbesitz, Alter, wenn du draus nichts machst? Das ist einfach Kiste. Halsmärk läuft dem Ball jetzt hin, ja. Sehr schön. Halsmärk läuft dem Ball. Strafstoß, Strafstoß, Alter. Elfmeter für scheiß Stuttgart, Alter. 70% Ballbesitz, Alter. Wir machen nichts draus. Erzähl mir noch kein E, Alter. Voll auf dem Siegel. Mann, 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 Alter. Ich bin scheiße, gar nicht, bin angepisst. Was ist los, Hanniger? Ja. Was ist los? Okay. Jetzt bin ich schon. Was ist los? Was ist los? Ich verstehe das nicht. Guck mal, wie die nach vorne kommen, diese Arschlücher, Alter. Ich drehe gleich ab, Alter, hier. Oh, Pfosten. Pfosten. Nur ich kann ja so viel Pech haben. Ich drehe ab, Alter. Was für Wiederholung? Das war doch gar kein Topchance, Alter. Ich verstehe das nicht. Warum Wiederholung? Absatz. Drauf gehen, drauf gehen. Unglaublich, Digga, ja. Schon die sechste Ecke. Hack gleich raus. Guck mal raus. Abseits, Abseits, Abseits 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 Was macht er jetzt? Was macht er? so reich dass man mir genug mir das scheiß kurze hier kunze erstmal raus also kunze palko genau katastrophe alter so was hat er hack raus er soll die reihen erst mal stürmer so komplette stürmer eine spitze so das mit dem jan usun kann er bleiben du kommst auch raus schaub rein so amiri kunze raus auf jeden fall safe so siebert rein obwohl warte mal leopold für dings oder was genau leopold rein unterstützt und breit machen spiel nadim so 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 drei spieler ist mal rausgenommen so 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 Flügelverteidiger unterstützen. So. Irgendwie da kassieren wir noch eins oder wir schießen eins. Ist mir scheißegal. So. Beep! Was ist jetzt schon wieder los? Was ist denn Abseits, Junge? Steck die Pfeife in deinen Arsch rein, Alter. Wer ist denn das überhaupt? Wer ist das? Wer ist der Schiri? Bestimmt, Dennis Aytekin. Hals, die Merk ist tot. Das ist unglaublich, Alter, ja. Unglaublich, Alter, es ist unglaublich, Digga. Es ist unglaublich, Digga. Es ist sowas von unglaublich, Mann. Es ist unglaublich, Digga. Das ist unglaublich, Digga. Hey, Panda, grüß dich, mein Lieber. Hey, Ochat, du Mahlzeit, hau dir was geht. Ja, die Pause ist vorbei. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Die Pause ist wieder vorbei. Ich vergesse es mal wieder, Digga, ne? Raus nehmen. Wie geht's dir mal besser? Wie war der Wochenende? Ist doch noch Abseits. Oh, ich Abseits, 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 Junge. Ah, Tresoli hat sich verletzt, oder was? Wie fühlen uns so schwer gegen diese abgefuckte Mannschaft, Alter, ne? Wird er etwas müde und muss nachher noch ankommen? Ah, Mann, 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 Maßregeln. Ah, Mann, 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 Mann. Ah, Mann, 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 Mann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020